6er Gran Turismo und 6er Gran Coupé stellen komplett unterschiedliche Konzepte dar. Während das Gran Coupé klassische Coupé-Marktmale und eine Coupé-Silhouette aufweist, haben wir bei 6er Gran Turismo viel Raum für zum einen Gepäck und zum anderen für die Passagiere. Und das Ganze wird für den Komfort auf langen Strecken ergänzt durch eine SEMU-Command-Sitzposition. Besonders am 6er Gran Turismo ist das Fahrwerk. Wir haben hier eine optionale, adaptive Zweiachs-Luftfederung, die zudem mit einer Wankstabilisierung kombiniert werden kann, was wir als Executive Drive bezeichnen. Als weiteres interessantes Thema ist der Akustikkomfort bei dem Fahrzeug durch eine spezielle Frontscheibe und zudem einem Schallabsorber Himmel, der den Akustikkomfort insbesondere auf langen Strecken unterstützt. Und jeder kennt die stressigen Verkehrssituationen im täglichen Berufsverkehr zum Beispiel oder vielleicht auch das Fahren in mittleren Geschwindigkeiten auf der Autobahn. Hier haben wir den Driving Assistant Plus, der einem die Lenk- und die Fahraufgabe zum Teil abnehmen kann mit dem teilautomatisierten Fahren. Besonders am 6er Gran Turismo ist das einzigartige Fahrverhalten wie bei jedem BMW. Erreicht haben wir das beispielsweise durch eine Gewichtsreduzierung bis zu 150 kg und eine besondere Aerodynamik. Der Aerodynamik-Wert wurde gegenüber dem Vorgänger um 14 % verbessert mit dem CX-Wert jetzt von 0,25. Zudem hat das 6er Gran Turismo das Anzeigebedienkonzept von der 5er Limousine übernommen mit Gestensteuerung und natürlicher Spracherkennung. Als weiteres Thema neben dem Thema Fahrerassistenz haben wir eine Vielzahl neuer vernetzte Dienste an Bord. Besonders herauszustellen ist neben BMW Connect ein personalisierter Startbildschirm, wenn ich jetzt ins Fahrzeug einsteige, Vielzahl von Parkinformationssystemen und Remote 3D-View. Wir haben beim neuen 6er GT die zentralen Werte eines BMW GT-Konzepts wie Funktionalität, Geräumigkeit und Komfort auf langen Strecken jetzt mit einem sportlichen Design kombiniert. Und diese Kombination ergibt ein einzigartiges Konzept, das hier auch im Namen widerspiegelt BMW 6er Gran Turismo. Die BMW 6er Gran Coupe und BMW 6er Gran Turismo sind unterschiedlich. Die BMW 6er Gran Coupe offers typische BMW Coupe Charakteristik und Coupe Design, Coupe Silhouette. In difference, die Gran Turismo Konzept gibt ein viel Platz für die Passage und für die Luggage. Das ist nun verbunden mit Semi-Kommand Seating Position, das ist perfekt für lang-distance Travelling. Als ein Option, die BMW 6er Gran Turismo hat eine Front- und Rear Axel Air Suspension. Das ist möglich in Kombination mit Anti-Roll Stabilisation, das heißt Exekutive Drive, für eine Outstanding Driving-Comfort. The isolated windscreen and a sound-absorbing roofliner offers an Outstanding Acoustic Comfort, especially on long distances. Everybody knows this annoying traffic situations on a daily way to work, with a lot of traffic gems. Or the situation with moderate speed on the highways. In this situation, the new Driving Assistant Plus comes in, which supports in acceleration, braking and even steering for semi-automatic driving. Special in the new BMW 6-Years Gran Turismo is the Outstanding Driving Behaviour, like in every BMW. We reduced the weight up to 150 kg and improved the aerodynamics by 14%. We offer now a drag coefficient of 0.25. Furthermore, we introduced the new Carer Interaction System, which was half a year ago and brought to market within the BMW 5-Series Sedan. This is now combined with gesture command and natural language understanding. And that's not all. We now provide a new subset of innovative connected features, for example BMW Connected. This is combined with a personal start screen. We have remote 3D view and a new innovative parking system on board. Within the new 6-Series Gran Turismo, we kept the core values of a Gran Turismo concept, which is roominess, functionality and long-haul comfort for long distances. And combine this now with a new outstanding design. And this combination is in total a unique concept, which is also reflected in the naming, which is BMW 6-Series Gran Turismo.